Alles hat seine Zeit Sich begegnen und verstehen Sich halten und lieben Sich loslassen und erinnern Erinnern, ja, das möchte ich Gemeinsam mit Ihnen Empathisch und mit viel Einfühlungsvermögen Begleite ich Menschen beim Sterben Unterstütze Angehörige Und lasse das Leben in Form einer Trauerrede Nochmal Revue passieren Eine persönliche, authentische und emotionale Rede zu halten Für einen geliebten Menschen ist für mich eine Ehre Er ist es mir wichtig, unabhängig von Glaube und Religion Den einmaligen Abschied nachhaltig und würdevoll zu gestalten Den letzten Weg mit Ihnen zu gehen Und diese Person einen Moment der liebevollen Erinnerung in den Meditum zu stellen Das Leben nochmal Revue passieren lassen Und dem Menschen ein Andenken Seiner gelebten Geschichte Ausdruck zu geben Das ist meine Vision eines würdigen Abschieds Das ist meine Vision eines für die Einfühlungsvermögen